Hey Kinders, was geht bei euch ab? Die neue Case ist am Start. Ich hab's, äh, gefühlt drei Jahre später erfahren. Aber was soll's, ich schau mal jetzt mit euch alle neuen Waffenskins an. Da haben wir direkt mal die AK-47. Naja, also ich bin jetzt nicht so impressed. Ähm, ich hab kurz mit euch darüber geschrieben, also mit ein paar von euch. Und ihr meintet, sie wär cool, aber ist die jetzt wirklich so impressive? Äh, ich glaube nicht. Also diese Frau da drin, äh, ist halt schon nicht schlecht. Ja gut, äh, aber... Also es ist einfach nicht meins. Die Farben sind ganz schick. Nicht mein Lieblingsskin aus dieser neuen, ähm, Spectrum 2 Case heiße, glaube ich, gell? So die P250 See You Later Alligator. Die ist ja mal nice. Die find ich direkt viel schicker als die AK. Guck dir das hier mal an. Der Alligator. Super. Sehr schickes Ding. Auch ein schöner Zeichenstil oder, äh, animierter Stil. Hier das Auge und, äh, hier die Nasenlöcherchen und das hier ist auch wichtig. Ach, guck mal da, ne neue Bison High Roller. Ja. So als Casino-Freund, äh, kann man das Teil auf jeden Fall spielen, würde ich sagen. Was, was kostet die 23 Euro in Nicht-Set-Track? Sehe ich jetzt hier gerade, ich hab wieder die CS-Ghost-Dash-Preise offen. Die AK war bei 337 Euro und die P250 bei 50 Euro. Das ist ja alles gar nicht so übel. Die Farbgebung ist eben Casinomäßig rot-schwarz. Sieht nicht schlecht aus. Wo ist denn die Null, die Grüne? Guck mal da, ne neue M4 gibt's auch und zwar Leaded Glass. Das erinnert, oder es soll wahrscheinlich so ein Glasmosaik sein, wie auch in Kirchen zum Beispiel. Das ist doch, das sind einfach so dicke, ähm, Led-Stückchen, wie heißt's auf Deutsch? Verdammt nochmal. Dieses, dieses schwere, äh, Blei. Blei-Stückchen dazwischen, die die Scheiben halten, oder? So wurde das früher, glaub ich, gemacht. Nö, das ist nicht besonders, oder? Was meint ihr? Also ich, gut, ähm, ich denke, für Leute, die nicht so extrem grelle Farben möchten, ist es nicht schlecht. Aber so alles in allem, also schlecht ist es nicht, aber jetzt auch nicht gut, ne? 19 Euro, ja, hab ich hiermit gerechnet, mit so einem Preis. Guckt euch mal den R8 Revolver, ein Lama Cannon. Da sitzt eins. Ist das schon alles, warum es so heißt? Oder sind diese Verschnöchelungen auch irgendwie, heißen die Lama oder, was sind die von einem Lama gemacht? Oh, guck mal da hinten, das ist natürlich nice, das Köpfchen. Also, jetzt nicht mein neuer Lieblings-R8 Revolver, aber ich würde ihn auf jeden Fall, also wenn, wenn Null sehr schlecht ist und eben 100, 100 Prozent sehr, sehr gut ist, dann würde ich ihn so bei 70, 80 schon einstufen. Das ist schon ein schöner Skin. Also gerade die Details sind halt echt krass. Aber jetzt auch nicht optimal, ne? 16 Euro. Oh, guck mal hier, ne ZZ Tactical Cat. Die sieht geil aus. Das ist echt, also klar, eher so Richtung Weiblichkeit. Nichtsdestotrotz würde ich das Teil auf jeden Fall spielen. Die sieht schön aus. Gut, jetzt hier unten dieses Pfötchen. Es ist halt für die Mädchen, die dann, äh, so. Aber als Mann kann man auch sagen, dunkelblau, schwarz, ne Schraube, ne Werkstatt, Schraubenzieher. Da geht schon einiges. Also ich finde die wirklich schön von der Farbgestaltung her. Ist ziemlich grell dieses, ach Gott, was ist das für eine Farbe? Rosa oder Pink? Aber es passt perfekt drauf und mit diesem Kontrast sieht es einfach nach einem optimalen Gesamtpaket aus. Gefällt mir sehr gut. Und da würde ich, äh, Minimum, ach guck mal da hier, wie süß, Minimum 90% geben. 4,50 Euro. Als nächstes kommt die UMP45 Exposure. Oh, oh, die ist auch nice. Es soll so sein, als hätte die Waffe eben Knochen, beziehungsweise das sind die natürlichen Knochen in einer Waffe. Wenn ihr eine Waffe aufmacht, werdet ihr diese Knochen finden. Waffen wachsen meistens in der Wüste und werden dann dort geerntet. Das wissen die meisten ja gar nicht. Und, äh, ja, das ist jetzt praktisch hier ein CAT-Scan, äh, Aufzeichnungsblatt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Schöner Skin. 70%. Merk um, 65. Nicht übertreiben. 2,79 Euro. Läuft. Ach, guck mal hier, die Phantom. Eine neue SG553 und ich finde, die erinnert stark an die Areal, wenn ich mich an den Namen recht entsinne. Also jetzt nicht, es ist jetzt nicht das direkte Ebenbild, aber von weiter weg und mit etwas anderen Farben könnt ihr meinen, das ist ein Areal. Die finde ich jetzt nicht so besonders. Also da ist die, äh, die Pulse. Gibt's die Pulse hier bei dem Ding? Ich glaub schon, diese Purple-Waffe finde ich da deutlich geiler wie das Ding hier. Das Orangenhauts noch ein bisschen raus, finde ich. Wenn das Orangen nicht wäre und das auch nochmal eine andere, dunklere, hellere Graufarbe wäre, dann Blauton oder so, oder schwarz, wäre nicht so schön wie jetzt hier dieses Orange. 1,95 Euro. Eine MP9 Goo. Das ist auch was Nices. Dieses Goo, dieser Schlabber-Schleim-Goo eben, es ist ja eine eigene Bezeichnung, oder kann man das überhaupt eindeutschen? Es hat natürlich schon eine deutsche Bedeutung, aber, äh, es ist, äh, ja, Schleim-Knetartiger, äh, Matschepampen-Salat. Sie könnte noch ein bisschen weißer sein. Das ist halt eher so ein helles Grau. Oder ist es eher so ein dunkles Weiß? Weiß ich nicht. Aber es sieht schon sehr, sehr cool aus. Locker. 70, 80 Prozent. Also der Skin gefällt mir gut, auch wenn er nur zwei Farben hat oder mehr oder weniger zweifarbig ist. Oder sehr eintönig ist. Aber nicht wortwörtlich. 1,60 Euro. Oh! Die ist auch schick. Nicht ultra schick und das erinnert so ein bisschen an Disney. Das könnte so ein Disney-Zeichen sein, oder? Aber diese Metallic-Farben sehen sehr cool aus. Wirklich sehr cool. Übrigens, ich habe ja kein, mache ja kein Ranking oder so. Das ist jetzt kein Ranking. Ich nenne zwar immer irgendwelche Prozentzahlen, wie es mir halt so gefällt, von 0 bis 100. Aber wie ich die Waffen zeige, ist nur wie sie in der Kiste vorkommen, von oben nach unten auf CS-Ghost-Dash. Also ohne hier irgendein Ranking vornehmen zu wollen. Bis auf die Einzelbewertung der Skins. Aber sie stehen jetzt nicht im Vergleich mit anderen. Oder mit den anderen. Der gefällt mir auch sehr gut. Jetzt würde ich 60 Prozent sagen. Die Metallic-Farben sehen wirklich sehr schön aus. Ich hätte noch einmal ein etwas kräftigeres Grün gewählt vielleicht. Wobei das, obwohl, nee, das ist schon ziemlich nice. Vielleicht noch ein krasses Rot da mit dazu. Aber ja, das ist schon cool. 1,80 Euro. Und da haben wir eine Glock 18, die möglicherweise... Off-World. Das hier erinnert mich an irgendwas. Diese Schreibweise, wie das hier so aussieht. Ist das vielleicht so ein bisschen von Shepard? Wie heißt der? Commander Shepard? Mit seinem Raumschiff? Drei Teile oder vier Teile mittlerweile? Weiß ich nicht. Wie heißt diese Spielereihe? Mass Effect. Das erinnert mich irgendwie an Mass Effect. Der Rest der Waffe sieht gut aus. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht optimal. Maximal so 55 Prozent Spaß. Bei 3,34 Euro. Ja, guck mal da. Jetzt kommt hier noch eine Aug zum Vorschein. Und zwar die Triqua. Erinnert mich auch an irgendeinen anderen Skin. Hoppala. Warum geht das doppelt drauf? An irgendeinen anderen Skin, den wir auch schon mal gesehen haben. Ist wirklich stark ausgearbeitet. Aber dieses... Also ich sag jetzt mal, für mich ist das so ein bisschen Sci-Fi-Raumschiff-mäßig irgendwie. Vor allem mit diesen Paneelen hier oben. Sowas sagt mir halt nicht zu. Die Augs an sich sagt mir jetzt nicht so extrem zu. Welche hab ich da gerade? Ich glaub die Aristokrat. Die ist auch nicht wunderschön. Die hier geht. Mit 30 Prozent. Die hier hingegen ist schon nochmal ein bisschen cooler. Grau ist... Braun ist zwar nicht so cool. Da hätte ich grau genommen. Oder schwarz oder so. Oder zumindest so ein ganz dunkles Braun, wie es hier vorne ist. Um eben diese Opal-Stücke noch ein bisschen krasser durchscheinen zu lassen. Aber das wird auch... Ich würde jetzt fast im Moment sagen, aber ich glaube schon seit ein paar Jahren ist es von dem Trend. Opal mit Holz zu verarbeiten. Oder generell eben irgendwelche Alltagsgegenstände wie T-Shirt oder sowas. So zu bearbeiten, dass da Opal drin ist. Also entweder auch solche Streifen, die mehr oder weniger leuchten. Das sieht leuchtend aus. Man kann da natürlich auch Birnchen reinmachen. Oder hinten dran. Da leuchtet es auch so ein bisschen. Ja. Eine coole Sache. Also 40 Prozent. Ein bisschen besser wie die auch eben. Eine G3-SG1 Hunter. Der Skin passt sehr gut zu der Waffe. Deutlich besser wie irgendwelche ultra bunten Skins. Hier gibt es ja auch diesen Skin mit den Uhren drauf oder Zahnrädern, glaube ich. Da gefällt mir das doch schon deutlich besser. Aber so insgesamt würde ich da jetzt auch nicht mehr wie 20 Prozent Daumen geben. Aber die G3-SG1 ist halt auch wieder so eine Sache. Wer spielt sowas schon? Einer Euro. Passt. Dann gibt es noch eine neue Mac 10 und zwar die aus Cyanic. Die sieht ganz gut aus. Aber es ist auch kein Ultraschmankerl. Also bei der Mac 10 gibt es ja die, wie heißt die, die Neon Rider. Die ist einfach nur unschlagbar. Aber das Teil würde jetzt auch so, ich sag mal, 35 bis 40 Prozent bekommen. Kostet 36 Cent. In FN also läuft. Als vorletzten Skin haben wir hier eine Sword of Morris und die ist sehr nice. Warum ist das hier so eine niederwertige Waffe mit 41 Cent und nur mit blau, hellblau? Hellblau ist das? Keine Ahnung. Oder ist das normalblau? Ich weiß normalblau. Warum? Also dieser Skin, den würde ich jetzt locker, also mindestens auf Purple oder so setzen. Und von der Wertigkeit her würde ich ihn jetzt mal auf Minimum 1 Euro eher mehr halt. Guck mal, wie schön das ausgearbeitet ist. Das sieht wirklich gut aus. Ja, der Rest ist noch ganz normal, einfach, aber trotzdem, es sieht nicht schlecht aus. Also mindestens 55 bis 65 Prozent. Und der letzte Skin ist eine Scar 20 und zwar die Jungle Slipstream. Da kann ich gar nicht viel dazu sagen. Also die gefällt mir jetzt auch nicht so gut. 15 Prozent Daumenwahrscheinlichkeit. Ja, nee. Da ist ja noch die Blueprint geiler wie das Ding. Das Gelbe ist zwar, vielleicht ist es für die Bulldozer-Fans nochmal ein Skin, der sich da mit dazu reiht in diese gelbe Reihe. Äh, naja, Tiger Tooth-mäßig will ich jetzt nicht sagen, aber die Bulldozer, es gibt ja diese Bulldozer. Ist das auch nicht Scar 20? Ich weiß es nicht. Naja. Für Gelb-Fans ist es vielleicht was, aber für mich ist es eher nichts. Die kostet 32 Cent. Naja, es geht, es geht. Das waren die neuen Skins. Die Kiste kam, als ich im Urlaub war. Deswegen habe ich leider da nicht rechtzeitig oder schon früher was machen können und deswegen konnte ich auch nicht richtig mit euch darüber sprechen, weil ich mich nicht auskannte. Aber jetzt kenne ich mich natürlich aus. Ich habe die Kiste studiert. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, Monsieur oder Madame, der du die gerade zuschaust. Willkommen an alle neuen und vor allem aktiven Zuschauer. Dankeschön für alles. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag Livestream und möglicherweise ist jetzt gerade im Moment auch ein Livestream. Jetzt also heute am Samstag. Schaut einfach mal rein. Das müsste hier ja, glaube ich, auch im Video stehen, wenn ich streamen würde. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.